Hallo und herzlich willkommen zu die Sterne für die Woche vom 11.04. bis 17.04.2022. Mein Name ist Robby Altwein. Schön, dass du da bist. In der neuen Woche haben wir wundervolle Konstellationen. Die Osterwoche wird von zwei starken Konstellationen begleitet. Zu einem haben wir eine Jupiter-Neptun-Konjunktion am 12.04. Mega starke spirituelle Energien wirken mit dieser Konstellation. Und andererseits haben wir am Ostersamstag am 16.04. einen Vollmond im Zeichen Waage. Ganz kraftvolle Energien der Neugeburt wirken an diesem Ostersamstag. Ich würde sagen, starten wir mit der Wittersonne. Diese Woche wandert die Sonne ja durch das Zeichen Witter. Und wenn die Sonne durch das Zeichen Witter geht, geht es darum, Ja zu sagen. Ja zu dir. Ja zu deiner Kraft. Ja zu deinem Leben. Ja zu deiner Berufung, auch wenn du sie noch nicht kennst. Es wirken in dieser Woche starke spirituelle Energien. Die angekündigten Konstellationen deuten auf eine ganz, ganz große und lichtvolle Energie, die jetzt eben zur Erde strömt. Es ist so wichtig, sich jetzt für die Lichtarbeit zu öffnen. Diesbezüglich gibt es zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist Frieden finden. Frieden finden mit dir, mit deiner Vergangenheit, mit deiner Zukunft, mit dem Leben auf der Erde. Frieden finden mit Gott. Und der andere Aspekt ist, die Lichtarbeit zu leben. Jeder, der hier zuhört, ist ein Lichtarbeiter, ist eine Lichtarbeiterin. Unabhängig davon, ob du deine Berufung schon erkannt hast oder nicht. Du bist hier, um am Aufstieg mitzuwirken. Du hast dich für den Aufstieg geöffnet, sonst würdest du dir dieses Video gar nicht anhören. Und jetzt auch am Aufstieg aktiv mitzuwirken, ist eine riesige Chance. Eine riesige Chance dahingehend, dass dein Leben sich auch immer mehr zum Positiven entfaltet. Denn je mehr du beim Aufstieg aktiv mitwirkst, desto mehr erwacht die Liebe, der Frieden, die Freude in dir. Denn alles, wobei du anderen Menschen unterstützt, alles wirst du selber in dir immer mehr verwirklichen. Ich kann dir nur empfehlen, meine Meditation mit Erzengel Michael, wenn du sie noch nicht kennst, unterhalb des Videos findest du den Link zu dieser kostenfreien Meditation. Sie würde dabei helfen, dass du immer mehr deine Ängste und Sorgen überwindest und deine Kraft lebst, deine Kraft bejahst. Erzengel Michael ist der Erzengel der Lichtarbeiter und es geht jetzt um das Erwachen der Lichtarbeiter. Mit der Sonne im Witter geht es darum, Ja zu sagen, mutig zu sein, zu dir selbst zu stehen, zu deinem Licht zu stehen. Wichtig ist aber, inspirieren statt missionieren. Viele Menschen missionieren noch mit aller Macht, drücken sie die Meinung auf oder Ansichten auf. Es geht mehr darum, zu inspirieren, das Herz zu öffnen, die Liebe fließen zu lassen. Die wahre Lichtarbeit findet dadurch statt, indem wir andere Menschen zu einem neuen Leben inspirieren, zu einem Leben im Licht, zu einem Leben im Frieden, in der Freude, in der Glückseligkeit. Oft höre ich immer, ja Hobby, ich muss das erstmal selber alles erlangen, dann kann ich anfangen, ist aber genau andersrum. Solange du dich immer nur um dich drehst, wirst du immer wieder Schwierigkeiten, immer wieder Herausforderungen, immer wieder Probleme erleben. Wenn du dagegen anfängst, dein Licht zu teilen oder das göttliche Licht zu verbreiten, andere Menschen zu inspirieren, wenn du anfängst, wirklich Licht auszusenden in das Kollektiv, und das Tolle ist ja, wir haben ja die sozialen Medien, YouTube, Facebook, Instagram, nutze diese Medien, um deine Vision zu verkünden, und du wirst immer mehr Licht erhalten, denn alles, was du aussendest, gibst du dir selbst, alles, was du aussendest, kehrt zu dir zurück, sprech nur noch über den Aufstieg und du wirst selber immer mehr aufsteigen im erhöhten Bewusstsein. Das ist so wichtig, dass wir anfangen, Sonne zu sein, ja, die Sonne im Wetter, der Frühlingsbeginn, die Kraft der Sonne wird jetzt immer stärker und immer größer, die Natur fängt an, jetzt an aufzublühen. Und so sollte jetzt unser Leben aufblühen, indem wir eben Ja sagen zu unserem Leben, Ja sagen zu unserer Kraft, Ja sagen zu unserer Berufung, auch wenn wir sie noch nicht kennen, einfach anfangen, anfangen, andere zu inspirieren, soziale Medien nutzen, rausgehen, loslegen. Wer sich bewegt, der wird auch immer wieder Inspirationen bekommen. Wer anderen Menschen inspiriert, wird selber immer wieder von der geistigen Welt inspiriert werden. Wer anderen Menschen dabei hilft, immer mehr zu erwachen, wird selber immer mehr in dieses Erwachen hineinkommen. Denn ich und das Ganze, wir sind eins. Genauso bist du und die Welt, ihr seid eins. Und je mehr du deine Kraft lebst, je mehr du Ja sagst, je mehr du Licht verbreitest, desto mehr wirst du im Licht erwachen. Und wir haben eine super Konjunktion. Am 12.04. wird sie exakt. Ich habe schon öfters darüber gesprochen, weil es ist die Jahreskonstellation. Diese Konstellation prägt das ganze Jahr über ihren Einfluss auf den Zeitgeist. Ja, Jupiter-Neptun-Konjunktion. Jupiter steht für Erfolg. Neptun für das Göttliche. Jupiter steht für das Bewusstsein. Neptun für das höchste Bewusstsein. Für die Engel. Jetzt geht es darum, sich für das Erwachen zu öffnen. Ja, es ist eine ganz sanfte Energie. Sie drängt sich niemanden auf. Aber wenn sich der Mensch öffnet, dann wirkt sie unglaublich stark. Unglaublich erleuchtend. Ja, das ist wichtig zu verstehen. Liebe lässt den anderen in seiner Entscheidung frei. Jupiter-Neptun-Energie drängt sich nicht auf, denn es ist die Energie der allumfassenden Liebe, kann man sagen. Aber wenn man sich öffnet, dann wird man durchflutet vom Licht, durchflutet von Gott, durchflutet von der allumfassenden Liebe. Es ist so ein großer Segen, die Energie. Ich kann dir nur ans Herz legen, Meditation zu nutzen, Gebet zu nutzen. Ich will hier an dieser Stelle gar nicht so tief eintauchen, weil das habe ich schon an anderer Stelle gemacht. Ich habe nämlich ein kostenfreies Webinar mit Conny gemeinsam gehalten, mit Conny Koppers. Und wir haben darüber gesprochen, wie die Sterne und wie die Engel uns beim Aufstiegsprozess unterstützen, wie die nächsten Jahre werden. Und dieses kostenfreie Webinar kann ich dir ans Herz legen. Unterhalb des Videos findest du den Link. Falls du den Link nicht finden solltest, schau auf meine Webseite robbyaltwein.com. Trag dich ein in meinen Newsletter. Wenn du noch nicht drin bist, dann bekommst du in den nächsten fünf Minuten schicke ich dir den Link zum Webinar zu robbyaltwein.com. Wenn du schon im Newsletter drin bist, dann solltest du den Link schon erhalten haben. Aber auch unterhalb des Videos findest du den Link, beziehungsweise auf meiner Webseite robbyaltwein.com. Trag dich ein in den Newsletter und ich sende es dir dann innerhalb der nächsten fünf Minuten zu. In diesem Webinar geht es darum, wie du deinen inneren Frieden findest. Der einzig wahre Weg, um aus dem Drama auszusteigen, darüber werden wir sprechen. Wir haben uns das Horoskop angeschaut vom 12.04. von dieser Jupiter-Neptun-Konjunktion. Und diese Energie prägt das ganze Jahr über den Zeitgeist. Es wird ein Lichttor eröffnet, das für die nächsten 14 Jahre, so lange dauert, dieser Jupiter-Neptun-Zyklus. Der letzte lief von 2008 bis 2022. Und der neue geht jetzt los am 12.04. und wird eben ca. 14 Jahre dann auch den Zeitgeist prägen. Es geht um das Erwachen in der allumfassenden Liebe. Das ist das riesige Thema. Das Erwachen in der allumfassenden Liebe, im Frieden. Und diese Energie wird jetzt am 12.04. freigesetzt. Alle Menschen, die sich für das Erwachen öffnen und das auch wirklich an die erste Stelle setzen, werden in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen Riesensprünge machen. Der Aufstieg wird 2022 sich sehr stark beschleunigen. Und die Menschen, die sich geöffnet haben für den Aufstieg, die sich dafür interessieren, die sich mit diesem Thema beschäftigen, die ihr Herz öffnen, die dem Herzen folgen, werden große Sprünge nach vorn machen. Und du wirst das schon in den nächsten Tagen und Wochen deutlich erleben. Wichtig ist, bemühe dich selbst um den inneren Frieden. Schau dir das Webinar an, wie du den inneren Frieden findest. Dort haben wir eine Stunde lang genau über dieses Thema gesprochen. Deswegen will ich hier nur in Kürze darauf eingehen, dass du Frieden schließt mit dir und deinem Leben, mit deiner Vergangenheit. Das wird alles verändern. Übrigens, ich habe auch eine Meditation für inneren Frieden aufgenommen, mit Erzengel Gabriel. Unterhalb des Videos findest du den Link zu dieser Meditation, beziehungsweise auch auf meiner Webseite, robbyaltwein.com. Diese Meditation hilft dir, in den inneren Frieden zu kommen. In 20 Minuten wird dein innerer Frieden aktiviert. Mit dem weißen Licht von Erzengel Gabriel wirst du diesen Segen empfangen können. Du bist herzlich eingeladen. Unterhalb des Videos findest du den Link zu dieser Meditation. Wir haben am Ostersamstag eine ganz besondere Konstellation, einen Vollmond. Der Mond ist in der Waage, die Sonne ist im Witter. Saturn bildet einen Trigon-Aspekt zu Mond, einen Sextil-Aspekt zur Sonne. Pluto bildet ein Quadrat zu beiden. Eine ganz starke, kraftvolle Energie. Etwas geht jetzt zu Ende. Es geht um Loslassen. Und Loslassen heißt auch immer neu beginnen. Es geht im Grunde um eine Neugeburt. Es geht jetzt darum, dass wir das Alte loslassen und uns komplett öffnen für das Neue. Wenn du dafür bereit bist, für die große Transformation, die jetzt geschehen will, schreib es in die Kommentare hinein. Es ist wichtig, dass du immer wieder ein Commitment machst. Oder klick mal auf Gefällt mir. Es ist wichtig, dass du immer wieder Ja sagst zu dieser Transformation, weil sie dann viel leichter kommen kann. Wenn wir Menschen begreifen würden, was für eine Macht unsere Worte haben, was für eine Macht unsere Entscheidung hat, als sich wirklich zu sagen, ja, ich öffne mich jetzt für die Transformation. Ein echtes Ja. Und das auch immer wieder mal sagen am Tag. Ich öffne mich für das Licht. Wenn wir Menschen begreifen würden, was unsere Worte für eine Macht haben, wir würden augenblicklich keine Negativität mehr durch unsere Worte ausdrücken. Wir würden ausschließlich positiv kommunizieren. Wenn wir das nämlich machen, würde das unser Leben grundlegend verändern. Wir sind geistige Wesen. Unsere Gedanken haben die höchste schöpferische Kraft. Alle Worte, die wir sagen, drängen sich in die Manifestation hinein. Alle Worte, die wir sagen, werden sich manifestieren. Und die Dinge, die wir immer wieder sagen, wiederholen, immer wiederholen, die haben die größte Manifestationskraft. Deswegen sag immer wieder Ja zu dem, was du willst. Ja, ich bin bereit für die Transformation. Ich erwache jetzt im Frieden, in der Liebe, in der Freude. Sag solche Dinge immer wieder. Und du wirst eine tiefgreifende Veränderung erfahren. Wir haben Sonne, Witter, Mond, Waage. Es geht in Harmonie zu kommen. Ja, in Harmonie zu kommen. Also Frieden ist ein ganz, ganz wichtiger Thema bei diesem Vollmond. Einerseits die Wittersonne. Ich habe eine Idee. Ich habe ein Wille. Ich setze was um. Andererseits gehen wir eben auch in die Welt und müssen da eine Harmonie herstellen. Ja, also andersrum gesagt, ist es auch wichtig, mit der Waage, mit dem Waagemond, eben auch immer wieder in die Harmonie zu kommen. Und das gelingt uns am besten, wenn wir selbst im Frieden sind. Draußen gibt es gerade so viele Probleme, Schwierigkeiten, Konflikte, Krisen, Kriege, Katastrophen. Und Menschen bemühen sich, diese Katastrophen zu neutralisieren, zu heilen. Aber Frieden finden wir nur, wenn wir den Weg des Friedens gehen. Kein Druck, keine Sanktionen, keine Maßnahmen, die wir im Außen ergreifen, werden wirklich zu dauerhaften Frieden führen. Frieden finden wir nur, wenn wir bei uns selbst anfangen, wenn wir in uns den Frieden verwirklichen. Im Frieden sein mit allem, was ist. Im Frieden sein mit dem Anderen, auch wenn der sich nicht selber um Frieden bemüht. Egal. Ich bin im Frieden. Ich bin im Frieden. Das ist der wahre Weg. Oder wie Jesus sagte, wir haben Osterwoche, eine ganz hohe spirituelle Energie wirkt in dieser Woche. Liebe deine Feinde. Er sagte, hab keine Feinde. Auch wenn jemand sich ungut verhält, bete für ihn. Segne ihn. Liebe ihn. Begegne ihn im Frieden. Nur so wird sich Frieden verwirklichen. Solange immer wieder auf ungute Situationen mit unguten Verhaltensweisen reagiert wird, werden Konflikte sich immer höher schaukeln. Und das ist wichtig, dass die Menschheit jetzt das erkennt. Frieden ist so wichtig, denn nur wenn der Frieden hergestellt wird, wird der Aufstieg sich vollziehen. Und es gibt Personengruppen, die versuchen mit aller Macht den Aufstieg zu verhindern und diesbezüglich werden da Konflikte geschürt. Aber eins kann ich dir sagen, der Aufstieg ist im vollen Gange. Der Aufstieg wird siegen. Der Aufstieg wird geschehen. Die Frage ist, wie schnell und wie einfach wird er sich realisieren. Der kann augenblicklich sich einstellen, auf ganz einfachen Wegen. Je mehr Menschen sich für den echten Frieden öffnen und im Frieden sich bemühen, in sich selbst, um dann aus dieser Energie des Friedens den anderen eben im Frieden zu begegnen, desto schneller wird der Frieden hergestellt, desto schneller kommt der Aufstieg. Wenn aber Menschen sich eher für andere Wege entscheiden und da irgendwie, ja, man muss ja irgendwas denen entgegensetzen, das lasse ich mir jetzt aber nicht gefallen, dauert mit dem Aufstieg noch ein wenig, weil da einfach noch die Unbewusstheit sich noch stärker spiegeln muss in noch größeren Schwierigkeiten. Je unbewusster ein Mensch ist, desto größere Schwierigkeiten wird er jetzt erleben, denn die Energien steigen an. Und das, was in uns ist, das lässt sich nicht mehr unterdrücken. Das wird jetzt mit aller Macht an den Bildschirm des Lebens projiziert werden. Das Leben ist ein Spiegel des Bewusstseins. Das müssen wir uns immer wieder bewusst machen. Und der Spiegel lächelt nicht zuerst. Wir müssen in uns den Frieden finden, in uns in der Liebe erwachen. Dann wird immer mehr Frieden und Liebe in unserer Umgebung sich manifestieren. Und so findet der Aufstieg statt, dass wir eben den Frieden in uns herstellen. Genau das ist dieser Vollmond. Der Vollmond will uns helfen, dass wir erkennen, wo wir noch im Unfrieden sind, um dort Frieden herzustellen. Der Vollmond will uns helfen, uns auszusöhnen, den Frieden in uns zu verwirklichen. Kann sein, dass da ein paar Themen hochkommen, wo du dich ärgerst oder aus der Vergangenheit etwas ist, wo du noch im Unfrieden bist oder wo du vielleicht selber dich irgendwo mal falsch verhalten hast und irgendwo belastet es dich, dass du es bereust. Finde Frieden damit. Erkenne, dass du einen riesen Bewusstseinsgesprung gemacht hast und dass du dich erneuert hast, dass du ein neuer Mensch geworden bist. Und das ist das Wichtige, das Alte nämlich auch loszulassen. Wenn wir es bereut haben und auch korrigiert haben, unser Verhalten. Wir bitten um Vergebung. Den lieben Gott um Vergebung bitten. Und er wird dir auch vergeben, wenn du selbst anderen Menschen vergibst. Das ist das Wichtige. Vergib anderen Menschen und dir wird vergeben. Und wenn wir so unser Herz reinigen, dann werden wir eine tiefgreifende Veränderung in unserem Bewusstsein jetzt erfahren können. Es geht um den Frieden. Es geht um eine Neugeburt. Etwas geht jetzt zu Ende. Etwas Neues beginnt. Meine Meditation mit der Erzengel Gabriel für mehr inneren Frieden wird dir dabei helfen, dass du jetzt immer mehr in den Frieden kommst. Unterhalb des Videos findest du den Link zu dieser Meditation. Das Jahr 2022 wird ein Wendejahr für die Menschheit werden. Das Jahr 2022 wird ein Wendejahr für dich werden. Öffne dich für den neuen Weg. Öffne dich für den Aufstieg. Öffne dich für deine Berufung. Öffne dich für dein Lichtarbeiter-Dasein. Öffne dich für dein wahres Selbst. Öffne dich für den Frieden, für die Liebe. Öffne dich für das Wunder. Es ist so vieles jetzt möglich. Gerade jetzt in dieser Osterwoche. Es wirken ganz starke spirituelle Energien. Das Osterfest ist ein hochspirituelles Fest. Nimm dir Zeit für Meditation. Nimm dir Zeit für Gebet. Nutze die Meditation, um jetzt immer mehr im Frieden zu erwachen. Der Weg führt erstmal nach innen. Und je mehr du den Frieden in dir verwirklichst, ist es auch wichtig, dass du dann immer mehr zur Sonne wirst. Immer mehr zur Sonne wirst und andere Menschen inspirierst. Andere Menschen daran erinnerst, worum es wirklich geht. Um das Erwachen. Um den Aufstieg. Wenn Menschen nicht dafür offen sind, dann lass los. Denn es geht nicht darum, jeden zu missionieren. Es geht darum, dass du andere inspirierst. Wenn andere Menschen offen dafür sind, dann lass noch stärker das Licht fließen. Das ist so wichtig, dass du jetzt dein Licht aussendest, dass du dich mit dem göttlichen Licht verbindest, das göttliche Licht durch dich fließen lässt und immer mehr zu einer Sonne des Friedens wirst, zu einer Sonne des göttlichen Lichtes, zu einer Sonne des erhöhten Bewusstseins. Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib mir gerne einen Daumen hoch. Schreib gerne in die Kommentare hinein. Und ich möchte dich erinnern an dieses Webinar. Ich möchte es jedem ans Herz legen, dieses Webinar anzuschauen. Wie du inneren Frieden findest, der einzig wahre Weg raus aus dem Drama. In diesem Webinar, was ich gemeinsam mit Conny gehalten habe, fließen so hohe, so lichtvolle Energien. Wir haben so viel positives Feedback bekommen. Conny hat gleich im Anschluss an das Webinar gesagt, wow, das Webinar war so krass, das muss die ganze Welt erfahren von diesem genialen Webinar. Die ganze Welt sollte dieses Webinar anschauen und genau so ist es. Unterhalb des Videos findest du den Link zu diesem Webinar. Trag dich ein in meinem Newsletter, wenn du noch nicht drin sein solltest. Ich werde es dir in fünf Minuten circa dann auch zusenden, dieses Webinar. Und schau es dir an, gern auch öfters, und lass dich von diesem hohen Licht beflügeln. Und wenn du deinen inneren Frieden stärken möchtest, wenn du deinen inneren Frieden finden möchtest, lege ich dir meine Meditation mit Erzengel Gabriel ans Herz. In 20 Minuten deinen inneren Frieden aktivieren. Unterhalb des Videos findest du den Link zu dieser Meditation. Ich danke dir für dein Vertrauen. Wenn du möchtest, hören wir uns sehr bald wieder. Mach's gut, alles Liebe und eins noch, wie immer, folge deinem Herzen. Mach's gut, alles Liebe, ciao. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.